Man konnte sich's ja schon denken, Fallout 4 ist bei den Käufern wie ne Bombe eingeschlagen. Zurecht wie wir finden, das Spiel ist ja auch super. Es macht sauviel Spaß die riesige Welt zu erkunden, die Kämpfe flutschen, es gibt massig Zeug zu entdecken und auch in Sachen Crafting ist es ein ziemliches Brett. Kritik gab's von uns vor allem für die Story, die Entscheidungsarmut, das Dialogsystem und die Rollenspielmechaniken, die Bethesda deutlich entschlackt hat. Vor lauter Action und Erkundung gerät das eigentliche Rollenspiel ein bisschen ins Hintertreffen. Die PC-Version ist allerdings ein Sonderfall, die hat nämlich ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen und die schauen wir uns jetzt mal an. Der offensichtlichste Vorteil ist klar, die PC-Fassung schaut nun einen Tick schöner und schärfer aus als die Konsolenvarianten. Außerdem ist die Framerate schon auf Mittelklasse-Rechnern spürbar höher. Die Weitsicht ist ebenfalls besser, auch wenn selbst auf flotten PCs hier und da noch aufpoppende Objekte zu beobachten sind. Ist aber nicht weiter schlimm. An der grundlegenden Optik, also den Modellen oder Animationen, ändert sich auf dem PC wenig bis nix. Zusatzeffekte wie Hairworks, Physikspartikel oder sowas gibt's hier nicht. Die Ladezeiten fallen immerhin etwas kürzer aus als auf PS4 und Xbox One, aber auch auf flotten PCs sind sie manchmal noch eine Spur zu lang, da wäre auf allen Plattformen noch Verbesserungsbedarf. Kommen wir zur Steuerung, erstmal angefangen bei den Kämpfen. Hier sind Maus und Tastatur klar im Vorteil. Da spielt sich Fallout 4 fast wie ein normaler Shooter, in dem ihr blitzschnell zielen und präzise Treffer landen könnt. Das ist keine Kleinigkeit und zwar aus einem einfachen Grund. Ihr habt in den Konsolenfassungen von Fallout 4 kein typisches Auto-Aiming wie z.B. in Halo, Destiny oder Borderlands. Was bedeutet, dass ihr auf PS4 und Xbox One richtig gut zielen und vor allem den VATS Modus clever nutzen müsst. Auf PC kämpft es sich dafür auch so ganz gut. Der VATS Modus ist hier zwar immer noch wichtig, aber halt nicht mehr so spielentscheidend. Auf PC könnt ihr die Körperteile des Gegners einfacher treffen und der VATS Modus bedient sich mit der Maus auch besser. Hinzu kommt, dass ihr eure Waffen auf Schnelltasten legen könnt, dadurch wechselt ihr sie auch mitten im Gefecht zackig durch. Das Favoritenmenü braucht man da eigentlich nicht. Dass wir die Waffen nicht per Mausrad durchschalten können, ist zwar kein Weltuntergang, aber auch ein bisschen schade. Stattdessen ist das Mausrad mit der Verfolgerkamera belegt. Das hätten wir da jetzt nicht unbedingt gebraucht. Nun sind die Kämpfe aber natürlich nur die halbe Miete. Ihr verbringt auch jede Menge Zeit in den Pip-Boy-Menüs, vor allem im Inventar. Hier ist der Eindruck zwiespältig. Die Menüs navigieren sich per Mausrad deutlich flotter als mit dem Gamepad, das ist erstmal prima. Doch dafür sind die ganzen Optionen unten am Bildschirmrand total unintuitiv. Ablegen auf R, Untersuchen auf X, Sortieren auf Z, Skillmenü auf T muss doch nicht sein. Da ist es dann oft praktischer, die Buttons einfach anzuklicken, anstatt immer zu schauen, welche Taste denn jetzt gerade für welchen Menüpunkt zuständig ist. Dass wir die Waffe wegstecken, indem wir R gedrückt halten, ist auch nicht gerade selbsterklärend. Dabei hätten wir ja mehr als genug Platz auf unserer Tastatur gehabt. Auch in der Perkübersicht macht sich die missglückte Standardbelegung bemerkbar. Hier müssen wir die Ränge der Perks umständlich mit Steuerung und Alt durchschalten, das klappt gar nicht mit der Maus. Spätestens da merkt man einfach, dass Bethesda die PC-Steuerung ziemlich lieblos vom Gamepad übernommen hat. Auch beim Crafting der Siedlung schaut es leider nicht besser aus. Ihr könnt die ganzen Sachen, die sich da so basteln lassen, wie mit dem Gamepad nur aus dieser Leiste unten auswählen. Also Wände, Türen, Böden, Sofas und der ganze Kram. Das Blöde ist, dass wir die Leiste standardmäßig mit den Pfeiltasten bedienen. Dabei gibt es einen kleinen Trick, der das Ganze deutlich vereinfacht. Wenn wir Shift gedrückt halten, können wir das Menü nämlich auch per WRSD durchschalten. Das ist sehr viel angenehmer, erklärt uns nur leider keiner. Sowas müssen wir durch Rumprobieren selbst rausfinden. Ansonsten auch hier das übliche Durcheinander bei der Tastenbelegung. Verwerten mit R, bestätigen mit E, zurückkommt man mit Tab, aus dem kompletten Menü raus geht's per Escape. Die Maustasten machen hier erstmal nichts Sinnvolles. Erst wenn wir das Objekt platzieren, drehen wir per Links- und Rechtsklick. Intuitiv ist anders. Aber auch hier gilt, man kann schon damit leben, unspielbar ist es ja nicht. Man muss sich aber erstmal eine ganze Weile eingewöhnen und Geduld aufbringen und das ist nun mal nicht Sinn der Sache. Kleine Bugs und Glitches hat man in Fallout 4 zwar auf allen Plattformen, doch richtig schlimme Dinger konnten wir nicht beobachten. Die einzige Ausnahme betrifft die Terminals, da ist es uns selten mal passiert, dass die Kamera nach dem Benutzen des Computers hängen blieb. Bis Bethesda das gepatcht hat, speichern wir sicherheitshalber vorher ab. Die anderen Fehler waren oft eher lustiger Natur. Zum Beispiel mit unserem Hündchen Dogmeat, das da halt mal so in der Werkbank rumlungert und oh jetzt, okay, jetzt ist er rausgeploppt. Na gut, braver Hund. Okay, was, der schaut jetzt ein bisschen schräg aus, muss vielleicht mit der Kollisionsabfrage zusammenhängen oder so, naja, okay, vielleicht kommt er ja wieder von alleine runter. Na, ah, da, das sieht doch gut aus, siehste, jetzt hat's doch noch geklappt. Ein braver Hund. Und ah, okay, jetzt, wo ist er jetzt hin? Verdammte Axt nochmal, Mann, Mann, Mann. Wo ist er jetzt? Hund? Ah, natürlich, klar, auf dem Dach. Super gemacht, Dogmeat. Man sieht's, also Fallout 4 hat auch auf dem PC seine Glitches. Sowas ist für die einen vielleicht lustig, für die anderen dann ärgerlich, kommt aber zum Glück nicht ständig vor. Und es gehört zu Bethesda-Spielen ja auch irgendwie dazu. Immerhin sind die Dinger keine Schlauchlevel-Shooter, sondern bis zur Kante vollgepackte Open-World-Spiele mit massig Content, Orten, Charakteren und Systemen, wo alles irgendwie ineinandergreifen muss. Da kann's halt mal passieren, dass auch mal was durcheinander gerät. Von sowas lassen wir uns jedenfalls nicht den Spaß verderben. Unterm Strich ist Fallout 4 auch auf dem PC ein hervorragendes Spiel, das uns schon dutzende Stunden prima unterhalten hat. Man fragt sich allerdings schon, warum Bethesda nicht mal ein paar Leute einstellt, die eine richtig edle PC-Steuerung ganz ohne Konsolen-Allüren programmieren. Bei einem so wichtigen Titel wie Fallout will man doch meinen, das Beste sei gerade gut genug. Aber sei's drum, wir konnten uns nach etwas Eingewöhnung mit den Macken der PC-Steuerung arrangieren und spielen die Fassung mittlerweile am liebsten. Wer sich aber partout dran stört und auch kein Gamepad anschließen mag, hat letzten Endes nur zwei Hoffnungen. Entweder richten es künftige Patches oder es müssen doch wieder die Modder ran. Es wäre ja leider nicht das erste Mal.